So, ich hoffe mal die Festplatte hält und ich habe alles komplett aufgewertet. Komplette Leben, kompletter Angriff, komplette Energie, kompletter Spezialangriff, komplette Verteidigung, kompletter Rückschlag und komplette Rage. Und ich habe was gemerkt. Verteidigung ist was Feindes, denn wenn ich überhaupt Verteidigung bekomme, dann bekomme ich schon eine hundertprozentige Verteidigung. Und ich würde mal vermuten, dass ich das als letztes aufgewertet habe. Ich würde mal vermuten, dass ich jetzt auch hundertprozentige Gegenangriff habe. Bedeutte, weil als ich Verteidigung und Gegenangriff habe, wäre das super, wenn der Typ mich angreifen würde. Weil ich würde keinen Schaden nehmen und er würde voll Schaden nehmen. Nämlich genau den Schaden, den er mir versucht hat zu geben. Okay. Gucke ich mal. Ich habe jetzt mit einem Vierer, habe ich 144% Counterangriff. Jetzt hole ich mir nochmal Verteidigung dazu. So, jetzt habe ich einiges mehr. Ich habe aber auch 100% Schild und über 100% Gegenangriff. Bedeutet, wenn er mich eingreift, nehme ich keinen Schaden und er nimmt mehr Schaden, als was er mir gegeben hat. Bitte greife mich an. Dankeschön. Zack. Null Schaden und einfach mal 64 Schaden zurück. Ist das genial. Ich denke mal, so sollte ich durchaus in der Lage sein, ihn zu erledigen. Wenn ich denn mittlerweile ein wenig vorsichtig bin, ein bisschen Taktik mit reinbringe und noch ein bisschen Glück habe. Dann sollte das eigentlich gehen. Das wollte ich haben. Das wollte ich auch haben. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn er Rage vollkriegt. Taktisch wäre es definitiv ungünstig. Ich wollte das machen. Der lässt mir auch gar nichts. Echt mal. So, immerhin hat er keinen Schaden bekommen. Jetzt kriegt er Schaden. Ey, immerhin habe ich ihm keinen Schaden bekommen. Jetzt kriegt er Schaden. Ich kriege Schaden. Schade. Ähm. So. Das läuft ganz gut soweit. Hm. Oh. Hahaha. Klar, so wird das nichts. Gut, seine erste Form ist beleidigt. Äußerst beleidigt. Ich sollte leicht vorsichtig sein. Das läuft doch bisher wirklich gut. Ja, naja gut. Ich hatte jetzt tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Wie ernüchternd so ein Kampf gegen den doch ist. Wie wenig Schaden man macht, wie viel Schaden man kriegt. Das ist überhaupt nicht schön. So, Schutzschild. Damit bin ich schon mal auf der sicheren Seite. Weil er kann mir denn keinen Schaden machen. So, ich heile mich mal. Vielleicht wird das ja was. Er macht keinen Angriff. Er heilt sich. Er hat noch eine extra Runde. Oh Gott. Es sieht schlecht aus. Wenn er klug ist, dann macht er jetzt die beiden. Und dann bin ich weg. Gut. Das wird wahrscheinlich auch reichen. Okay. Naja. Ich kann eh nichts mehr aufwerten. Also versuche ich es gleich nochmal. Ich hoffe mal, die Festplatte reicht noch. Sonst muss ich zwischendrin wieder aufhören. Und noch, äh, schon ein paar Videos vorrendern. Damit ich wieder ein bisschen Platz auf der Platte habe. Ich glaube, es hackt. Okay, greif mich an. Jetzt, jetzt darfst du mich noch angreifen. Jetzt sollst du mich angreifen. Gut, gut, gut. Heilung. Schade, dass das Schutzschild nicht so lange hält, wie man, äh, bis es zum ersten Mal gebraucht wird. Sonst wäre es sehr praktisch. Ich meine, wenn ich ein Schutzschild drin habe, kann er nichts anrichten. Ich weiß, was er macht. Na gut, ich hätte jetzt die beiden. Erwartet kommt aber auch das gleiche hinaus. Gut, er greift nicht an. Jetzt habe ich mal noch ein bisschen Rage. Er auch? Okay. Er heilt sich nochmal. Ich habe auf jeden Fall schon ein Schild. Und dann greife ich ihn einfach mal an. So. Mal sehen. Hier. Schöner Angriff. Immer mitten in die Fresse rein. Jetzt noch ein Spezialangriff. Und, äh, Leben. Achso, Heilung. Eine schöne Heilung. Plus noch ein extra Zug. Ähm. Kann ich hier irgendwas tolles machen? Schützschild oder so? Oder Counterangriff? Einer? Gar nichts. Ich mache noch Heilung. Gut, das war auch tatsächlich das Letzte, was man hätte machen können. Denn... Counterangriff. Und Heilung. Oh, da oben gibt es Rage. Das heißt, er ist nicht in der Lage. Doch, nein. Naja, mehr oder weniger. Doch schon, irgendwie. So, das her. Und jetzt muss ich ihn mit dieser Runde fertig machen. Oder bevor ich das nächste Mal irgendwie... Ähm... Ja, da unten ist Rage, aber ich will ihn nicht... Ich will mir das Rage auch sparen. Wenn ich ihn nicht einfach... Ich greife nicht schon mehr Energie. Das passt schon. Ja, jetzt holt er sich's. Gott, das läuft so schlecht grad. Das ist echt schon unglaublich. Ich hoffe, ich bin dann auch dran. Nachdem er die Form gewechselt hat. Ja, bin ich. Hilft mir das was? Nein. Ich kenne keine Heilung und noch nie meinen Gegeneingriff. Äh, und Schutzschild kann ich auch nicht. Ach, Gott. Er gibt mir hier Energie. Er greift sich mir auch nicht an. Heilung? Kann ich Schutzschild? Nein. Gehe Heilung. Oh, Gott. Na, das dürfte doch wenigstens vielleicht irgendwas bringen. Rage, Voll, Attack. Defense, Energy up. Counter-Attack, Counter-Attack. Und jetzt noch ein Rage-Attack hinterher. Und wenn er gleich angreift, dann wäre das super. Oh, bitte. Greif mit voller Macht an. Mach den, mach den Spezial-Attack hier um. Ja. Gut. Ich sollte ihn nicht angreifen. Das wäre leicht dumm. Ich schnapp mir deswegen lieber ein bisschen Energy. Ich greife ihn an. Nein, ich will ihn nicht angreifen. Lass den Blödsinn. Heilung. Ah, ich hätte jetzt das machen sollen. Kann ich mir ein Schutzschild holen? Kann ich mir ein Schutzschild holen? Nun kommt schon ein Schutzschild. Ich kann mir kein Schutzschild holen. Doch, ich habe ein Schutzschild. Wow. Ich habe ein Schutzschild und noch eine Runde. Kann ich mir jetzt auch einen Gegenangriff holen? Das wäre perfekt. Nein, ich will nicht mehr noch mal Rage. Attack ist mir egal. So. Energy. Und noch eine extra Runde. Er hat Counter, deswegen greife ich ihn nicht an. Kann ich ihm das Power Attack nicht irgendwie wegnehmen? Oder mir vorher ein Schutzschild holen? Nein. Aber ich hole mir ein Schutzschild. Bedeutet, es ist egal, dass er einen Power Attack macht. So, und jetzt komme ich mit dem Power Attack daher. Er greift nicht an. Kann ich einen Vierer? Kann ich einen Vierer irgendwo machen? Nein. Dann her mit dem Schutzschild. Ich sollte wirklich vorsichtig sein. Möglichst vorsichtig. Das ist ärgerlich, dass ich wenigstens von Vierer machen kann. Ich kann einen Rage Attack. Komm schon. Ich bin so nah dran, ihn zu besiegen. Er heilt sich und... Er greift aber nicht an. Ich hole mir ein Schutzschild. Er greift an, was mir egal ist, weil ich ein Schutzschild habe. Kann ich ein Schutzschild? Nein. Ich könnte mich heilen, oder ich könnte Counter-Angriff? Mach mal Counter-Angriff. Ja, ja, ja. Er greift auch nicht an. Spezialangriff. Rein da. Und normaler Angriff noch hinterher. Hoffentlich reicht das. Ja! Ja, ich habe ihn erledigt. Continue. Ja. Wärm. Voll ins Gesicht. Und die Sonde explodiert. Wuhu. Ich habe es geschafft. Ich habe Bio-Gems. Geschafft. New Character. Start a new game to play with bits. Okay. Könnte ich. Äh... So. Das war's. Das war Let's Play Bio-Gems. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja. Ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, es war's. J Stefan,'ll-